Musik Hm, ok. Ach, jetzt beleuchten wir hier. Ja. Und hier. So. Dann, was, was wollte ich gleich noch? Ah, ja, genau. Weißt du es? Die Meinschaft wurde nicht ein bisschen laut. Findest du? Ah, nee, das wollte ich ja gar nicht. Yay. Bei mir meinst du? Ja. Doch, haben sie schon gerade ein bisschen. Ich schätze, es war 50. 50? Ja. Ich hatte es ja auf 37. Okay. Da steht es ja auf 30. Scheiße, ich habe nicht genug dafür. Egal. Äh, machen wir noch, machen wir noch zwei. Ja, ich brauche mehr Holz. Ja, ich bin an Fällen. Was ist nacht, ne? Ist es das? Nein, weißt du. Ich sag das nur so. Okay. Ähm, weißt du, wie man ein... Was? Ja, so geht's. Ne, das schon nicht. Auf, bitte. Das. Ich versuche ein Pfeil gegen drauf zu machen. Es geht nicht. Ach, okay. Ich weiß, was ich machen. Das kann weg. Na, ich glaube, ich war. Mach einfach so. Ne, nein. So, ich bin ein Pfeil gegen. das meint er weißt du ich weiß es nicht ich brauche zu kaufs Scheißen Nilsfurt von liebt es das in mann Prozent seitdem das wird es noch was du als nächstes abdick und sicher wir haben es zu eine mein Kraftfigur muss jetzt aufs Klo gehen das ist noch gut weißt du wir tun das kommt noch hin er ist die schon nach Prozent steuern er haben Schuster ja okay so geht es Stein von mir aus erde erde stein und erde sind klar genau gleich groß gut dann brauchen wir noch holz und holz und holz und anderes egal ich mach das einfach ich nenne das andere einfach sonstiges genau ich nenne es nennen noch etwas naturell ist in Nahrung und Weltzeugen naturelles wer ich solche wir haben nicht so viele Kisten wie viele haben kann sie nicht zwei übereinander so so wir können den Raum einzeln wahrscheinlich hab ich schon geht's nicht holz und was hast du gesagt und nach dem Anzeigen da wäre ich zu gehen es war eine Kiste mit Nahrung wäre auch nicht schlicht das ich kann es sogar holz und Werk z. Werkzeug noch ab es passt doch noch nicht so viel auf Schilder er hat sie um Holz Werkzeug sonstiges dann kann ich das eigentlich ich bin irgendwie noch kein Mop die Klinik und wo es macht ist ach kommt er müssen ja zu machen Prozent das ist komisch das er hat verspät die sich an uns hat es vergessen es ist doch egal wertvoll und es sind haben wir uns für uns zu tun und dessen ja gut es geht es geht wertvoll und es sind heute in der Schule also nicht als Fachsum von mir und Kollegen über mein Kraft geredet es wird zum Gitz Reto machen dann haben sie und wie sie gefragt was sie angestellt sind die meisten Sachen 1.10.3 in sie sind alle dort reingekommen es war ja es ist wohl auch langsam zu man kommt Kurs in er wird es schon ja ja ich schon ja ich muss schon aber ich meine wenn du mein Kraft alleine ein gibt es schon Google kommt einfach der erste Punkt ja das ist so dass es ist so Alter aber jetzt habe ich noch gesehen das erste Mal in dieser Macht das ist jetzt nicht zu sein ich mache es auch immer man Prozent gut ich wollte noch eine Kiste macht die Welt der natürlich ist und eine mit was habe ich gesagt ein wertvolles zumal noch geschieht da ein und was was geht noch mit einer Stadt mit stein in der Kiste mit stein in der Kiste und sie hat nicht mehr wir haben die Kiste mit stein und da zu stein ist er kommt es da und blitzen ja ja das ist ein stein und sand ja es an Sandkies Stein und Sandkirchen Menschen Sonne und die Erde und auch die ist ein und auch das ist ja auch er hat er und er natürlich ist nicht doch gespielt und Natur Erde und Natur ich bin natürlich einfach an die Krise und Natur das klingt einfach in der Schule in sie Naturkunde Or Or habe ich jetzt Glück gehabt dass man was so kann es mal das Holz bringen eigentlich also ich nicht ich bin noch ein paar wo immer noch alter nicht da ich habe ich habe zwei aber ich habe mir zwei Exe gemacht ich habe jetzt über 26 Finsch cool Jakob verarbeitet und vor Ort ist ich habe auch nicht genug Koppelstern weil wir sind aber ein Koppelsterns Jakob ja eben darum brauchen wir wollen sie schon aber es hat ja eine Höhle gerade dort vor allem recht groß ist hier so noch das ist geil vor allem noch an 1 7 diese Höhleinlängen sind so groß und so aber eigentlich noch essen oder so weil ich nur noch vier Herz nach vergisst das kommt hier weg es war jetzt gewachsen ist und nicht nur ach jetzt muss ich das Gäste Lager schauen und weiß eigentlich zufällig geht ein bisschen Kuchen am liebsten ihr Menschen und was noch ein zweitzen Milch Zucker und mein Gott zwei Küche war sie hat nicht gesehen die Küche können dann die ja was kann der Krippe noch ein dritten war die Schusses Schusses Schuss zu machen was ich sollte ein Fett lecken also ich meinst du sagst ich stehe jetzt so gleich nun das finde ich cool nein ich nicht ich habe nämlich holster ich weiß nicht ob ich den Punkt wieder finden ohr verlaufen also ich nun was in der Welt machte was wollen die hier kann machen wo geht's nach Hause ich glaube ich weiß dass er an der Rund jetzt nach Hause machen wir das hier weiß nicht wo es nach Hause geht zu einem Hilf mir Prozent wo bist du eigentlich für sie mal konnte ich richtig Wüste gelaufen im Vorhang nicht ich sehe dein Name ich sehe ein Krieger es ist ein Name muss und ich sie sind wie zu zwei Schilder zwei Schilder nein so so zu zahlen wurden Prozent 3 5 0 4 3 5 0 5 ich habe keine ich habe nicht ein erster Mann von den Nachmitteln Prozent Koordinaten sind die leere Hand um 400 z ich gehe schnell es ist 6 X ist 400 390 390 390 und z ist nur Prozent Prozent ich brauche Y nicht Neto aber einfach Zeit ist nun ganz oft vor mir es ist also sein etwa ich kann die ich die Maschinen der Kinder sich nach dem Fall schriftlich der Maschinen die Mitte unseres Hauses und sagt die dann gleich die Koordinaten die Mitte unseres Hauses steht auf Z3 und X 382 ok ich hoffe wir haben zu Hause Essen haben wir nicht ah genau das wollte ich schnell schauen gehen habe ich gerade vergessen äh hier unten sieht es nach keinem gewachsenen aus wir haben waaaaaah Creeper und ich habe kein Schwert dabei nein Prozent das war das Weizenfeld Nohne und der Creeper hat unser Weizenfeld bis jetzt du zu wissen jahr links schon okay also wieder hier schön machen ja okay das ist so müssen Provisore schießt um zu tun ich glaube ich hab aus der Sanktel und so reichen bis zu können und das hat sich nicht zu machen was ist das ist X 390 das werden okay und ich bin es zu wie wird werden Mops mit Zahlen hier überschrieben wenn man erst reingrückt ja und scheiß ich schaffe mit der Überschrift 5.012 fahrt dessen noch gar nicht die in Fischer Mitte sie sind vieles gut die Tintenfische Mitte Überschrift 5.835 also bei mir hat es gerade keinen einzigen ich glaube das Monster wenn du zu tun solche Erkrim noch ein paar Tintenfischung von hier kann man sehen wo die Mops eben meinen so ich habe jetzt noch 1 2 3 4 5 das habe ich noch sieben in 6 ist ja mal witzig irgendwie schon das ist ja mal witzig